Die internationale Phantasialand Dance Company mit 22 Tänzern, speziell arrangiert von Ambroselos, mit einer Choreografie von Jane Henry und Christy Speed, tanzt zu den Klängen aus Michael Jacksons Bad und Andrew Lloyd Webbers Phantom of the Opera. Von der prähistorischen Vergangenheit in die computeranimierte Zukunft. Im Phantasialand ist dies ohne Mühe möglich. In diesem futuristischen Gebäude transportiert sie die größte Indoorbahn der Welt in den Weltraum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017